Hallo, wir sind Wuja. Unsere Produkte lassen dich Töne durch haptisches Feedback spüren. Die Reaktionen waren ziemlich gut. Bei der Entwicklung unserer neuen Generation der Wuja Edge Serie haben wir uns das gesamte Feedback von über 73.000 Nutzern durchgelesen. Eine Antwort hat uns wirklich überrascht. Leute geben so viel Zeit und Geld für die besten Kopfhörer aus, ohne einen Unterschied zu merken. Wuja lässt dich Sound auf einer ganz anderen Ebene erleben. Also haben wir uns entschlossen, Kopfhörer im Vergleich zu Wuja Edge zu testen. Wir werden zwei Hörer auf dich legen und fragen, welcher du fühlst, ist besser? Okay, okay. Let's go mit diesen. Ich kann wirklich sehen, wie die Unterschiede sind. Diese ist besser. Diese sind besser? Ja, definitiv. So far, die ersten. Ich weiß nicht, sie sind die gleiche. Oh, okay. Was ist passiert? Also ja, Wuja macht dein Erlebnis wirklich verdammt atemberaubend. Aber da war noch etwas, was die Leute sagten. Oft. Also haben wir ein bisschen mit den Wandlern gespielt, die das Feedback erzeugen. Haben die unglaubliche Sensation erhalten. Hatten zwei erstaunliche Crowdfunding-Kampagnen. Und jetzt ist Wuja Edge für alle verfügbar. Wie funktioniert das? Töne sind Luftbewegungen, die sich als hörbare Druckwellen ausbreiten. Kopfhörer liefern den hörbaren Teil. Aber die Bewegung fehlt. Mit Wuja kannst du beide Aspekte des Klangs genießen. Stell dir vor, du bist auf einem Konzert und stehst direkt vor den riesigen Lautsprechern. Das Brummen, das du in deinem Körper spürst. Das ist das Wuja-Gefühl. Technischer ausgedrückt. Unser patentierter Schwingrahmen, den wir liebevoll Aussie nennen, reproduziert und spielt Akkuratfrequenzen bis zu 200 Hertz. Einschließlich Ultraschallfrequenzen, die unterhalb der Schwelle des menschlichen Ohrs liegen. Die reibungsfreie Bewegung garantiert eine präzise harmonische Wiedergabe und mindert Verzerrungen, während sie völlig geräuschlos für die Umgebung bleibt. Weniger technisch ausgedrückt. Der Dinosaurier im Spiel kommt näher. Du spürst jeden Schritt. Du spielst ein Spiel. Jede Explosion, jede Begegnung und jeder Schlag fühlt sich an, als wärst du direkt dabei. Der Song hat ein brutales Bassriff. Du wirst jede Seite in deinen Knochen spüren. Setze ein VR-Headset auf, während du Wuja Edge trägst und die Immersion wird noch besser. Es gibt zwei Arten von Geräten in der Wuja Edge Serie. Der Strap ist für den Gamer oder Musikliebhaber. Er hat einen superkräftigen Aussie. Du kannst ihn auf unterschiedliche Weise und zu verschiedenen Aktivitäten tragen. Er lässt sich ganz einfach in den Rucksack packen und ist leicht genug, um ihn überall mit hinzunehmen. Die Best ist für Gaming und VR sowie für Musikprofis und Produzenten, die 360-Grad-Immersion genießen. Er ist mit sechs Aussies ausgestattet und liefert einen knackigen Stereo-Sound. Beide Produkte haben einen analogen Kopfhörerverstärker und können mit jedem Smartphone, jeder Konsole oder jedem VR-Headset über eine Audiobuchse oder Bluetooth verbunden werden. Also, wenn du Sound mit einem Gerät erleben willst, das tatsächlich einen Unterschied macht, hol dir Wuja Edge. Vielen Dank.